Im Folgenden sehen Sie die wichtigsten Funktionen für Verkäufer anhand eines Beispiels. Wie wird man Verkäufer bei einer Veranstaltung mit Basalino? Auf Plakaten, in Anzeigen oder über sonstige Werbemittel werden Interessenten, die ihre Artikel verkaufen möchten, auf die Basalino Landingpage der jeweiligen Veranstaltung verwiesen. Dort stehen noch einmal die wichtigsten Informationen und über den Registrieren-Button kann man sich direkt für die Teilnahme bewerben. Klickt der Bewerber auf diesen Button, wechselt er zur Basalino-App und kann sich mit Namen, E-Mail und Passwort registrieren. Er bekommt zur Sicherheit einen Aktivierungslink an seine angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Sobald er diesen anklickt, ist seine Registrierung abgeschlossen und er darf sich für die Teilnahme bewerben. Der entsprechende Veranstalter erhält daraufhin die Nachricht, dass eine Bewerbung vorliegt. Entscheidet er sich dafür, dem Bewerber zuzulassen, kann der Verkäufer aktiv werden. Das System vergibt ihm automatisch eine Verkäufernummer. Nun können die ersten Artikel hinzugefügt werden. Jeder Artikel bekommt eine Beschreibung, optional eine Größenangabe und einen Preis. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, entsprechende Preisschilder auszudrucken. In der Veranstaltungsübersicht wird angezeigt, wie viele Artikel man bereits angelegt hat bzw. wie viele noch angelegt werden dürfen. Nachdem die Veranstaltung stattgefunden hat, ändert sich die Ansicht. Nun wird eine Auswertung angezeigt. Man sieht, wie viele Artikel der Verkäufer angeboten hatte, wie viele davon verkauft wurden, welche Summe damit eingenommen wurde und wie viel Geld abzüglich der Provision für den Veranstalter ausbezahlt wird. In der Artikelliste sind die verkauften Artikel markiert. So kann der Verkäufer einschätzen, was wieder abgeholt werden muss. Dies waren die wichtigsten Funktionen für Verkäufer bei Basalino. Weitere Informationen finden Sie auf basalino.de